Hallöle! Hallöchen! Hallöle! Wir sind's wieder! Euer Hund mit dem Hut! Yeah, ich bin der Hund! Ja, dich braucht man nicht immer vergessen. Das ist so süß, wenn du so eingeschnappt bist. Ich bin nicht eingeschnappt! Drück einfach auf weiter. Okay, na gut. Machen wir weiter. Weiter! Also, in der letzten Folge waren wir auf dem Dachbalancieren. Genau. Unser fetter Bruder Emil hat uns so ein paar krassen Moves gezeigt. Und jetzt will er uns, glaub ich, noch ein bisschen was zeigen. Yay! Yay! Weiter! Nicht übel, kleiner Bruder! Du hast Talent! Jetzt landen wir auf diesen Klips an der Kosten! Schau zu! Du musst vorsichtig sein, sonst zerbricht er noch was! Ruckst du bitte mal zu? Wir treffen uns da drüben bei dem Holzstapel! Boing! Das sind voll die Stangen! Hm, das sind Pfosten, genau wie du! Ey! Drück in die Aktionstaste, um an die Stange, schrägstrich Pfosten zu kommen. Weiter mit Gültig-Taste. Um an die Stange zu kommen? Haha! Mach einfach weiter! Dann die Springentaste für den Sprung zur nächsten Stange, schrägstrich zum nächsten Pfosten. Weiter mit Gültig-Taste. Drück die Aktionstaste zum Festhalten an der nächsten Stange, schrägstrich zum nächsten Pfosten. Weiter mit Gültig-Taste. Das ist immer nur nicht nur Stange sagen. Danke für den Tipp! Also einen schönen Pfosten hab ich auch für dich übrigens, ne? Ja, einen Pfosten. Ah toll. Schon runtergefallen, du bist so schlecht! Sollten selbst in ein Z8-Partyversuch über Hochzeit anfangen. Ja, wir spielen diese Stange ja jetzt auch schon zum dritten Mal, weil die vorherige Aufnahme scheiße war. Oder weil wir nicht aufgenommen haben. Oder so. Und wir laufen. Okay. Okay. Du kannst dich in solchen Kisten verstecken. Heb sie einfach hoch, krabbel drunter, dann kannst du dich unbemerkt bewegen. Das ist so ein Evil Chicken. Das ist so ein Evil Chicken. Wenn ich in der Kisten bin, sieht mich also niemand? Genau. Genau. Drücke die Aktionstaste zum Verstecken. Weiter mit Gültig-Taste. Mit den Bewegungstasten kannst du dich bewegen. Weiter mit Gültig-Taste. Du kannst entdeckt werden, wenn du dich unter dem Karton bewegst. Weiter mit Gültig-Taste. Wenn dich ein Gegner sieht, erscheint rechts unten eine Anzeige. Weiter mit Gültig-Taste. Sie färbt sich von grün nach rot, solange du dich bewegst. Weiter mit Gültig-Taste. Ist die komplett rot, verschwindet der Karton. Du bist deinen Gegner dann ausgeliefert und stirbst einen brutalen, blutigen Tod. Das ist ein Kinderspiel, da gibt's kein Blut. Weiter mit Gültig-Taste. Wenn dich ein Gegner entdeckt, halte ganz still, bis die Anzeige wieder grün wird. Und bewege dich dann weiter. Mit Gültig-Taste. An die Arbeit! So. Jetzt möchte ich was trinken, jetzt habe ich zu viel gelesen. Ich hätte davor was getrunken, nachdem sie gelesen habe. Also nicht gewundert, wenn der Augen schlucken würde oder so. Schon kaputt gemacht du so. Großartig! So, wollen wir auch mal produzieren? Oh, da war ich schon mal hinten hin. Oh, ja! Ah! Oh Mann! Ah! Danke! Okay! Du bist so ein Idiot! Nimm Käse auf, um deine Lebensanspräge aufzufüllen! Weiter mit Gültig-Taste! Ich muss ja irgendwie noch einen Käse einfringen! Für ein Stück Käse gibt es einen Lebensbalken! Weiter mit Gültig-Taste! Oh nein! Yoda! Ja, guck mal! Wie süß! Ja, guck mal! Wie süß! Guck mal! Das ist ein kleiner Baby-Chick! Emil! Du machst mir langsam richtig Angst! Wo hast du das alles nur gelernt? Echt jetzt? Ich weiß es nicht! Du hast alle keine Baby-Chicken geschlagen! Er hat es voll weggepast! Für alle Tierschüchter, die sind programmiert und nicht echt! Für diese Aufnahmen wurden keine... Trigger, der hat mir ausgesagt! 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 Der hat mir mit Gültig-Taste! Für diese Aufnahmen wurden keine Hühner zu Chicken Wings verarbeitet! Wir haben einen kleinen Baby-Chicken! Mach weiter mit Gültig-Taste! Ich hab das schon gelesen! Du weißt, du magst die Chicken Wings? Nein, mag ich nicht! Nein, Chicken Wings nicht! Also, beim letzten Fast-Food-Essen in einer größeren Stadt bei uns in der Nähe hast du mir die aus der Karton rausgeklaut! Ich hab die Nuggets und die Chicken Wings! Nein, die Nuggets! Trotzdem! Ja! Aber trotzdem! Das sind gehäckselte Hühner-Babys! Und echte Hühner! Aber da sehe ich sie nicht leben vor mir! Das ist so süß! Wir sollten weitermachen! Nein, damit Gültig darfst du drücken! Jetzt sieh uns das zu den Nerven der Gegnern zu schwingen! Nein, damit Gültig darfst du! Du hast mir den Kopf heraus im Ohr geschlagen! Entschuldigung! Okay, okay! Du kannst das kleine Baby-Chicken nicht lang! Kann ich nicht! Kann ich nicht! Kann ich das kleine Baby-Chicken! Lauf, kleine Baby-Chicken! Lauf, kleine Baby-Chicken! Lauf! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Nein, mir so ein Pescht zu sehen! Das ist die einfach weggepescht! Jetzt bin ich böse mit dir was! Arme kleine Baby-Chicken getötet! Das ist ein junger Verbrechen! Das ist ein junger Verbrechen! Ja, ich weiß! Das hast du mir schon hundertmal gesagt! Ja, ja! Komm einfach mit! Pane, 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 Danke! Großart! Die Aktionstaste ist übrigens immer noch Gel! Auf dem Flot, da ist es schön! Das Wasser, so wundervoll blau! Drücke die Springen-Taste, um vom Boot zu springen und Hindernisse zu meinen! Weiter mit Gültig-Taste! Danke für den Tipp! Bitteschön, Remy! Hab ich gern gemacht! Oh, ja! Ach! War gar nichts! Wow! Du kriegst das nicht hin! Jetzt mach weiter! Ich hab's von den Pane! Na gut, ich mach weiter! Irgendwo empfange ich! Wir haben alles gelernt! Kommen wir? Wir haben überall einen Haken! Deine Laufen! Ja! Länderspringen! Laufen! Springen! Wände erklimmen! Gegensteine aufheben und tragen! Schwingen! Äpfel in der Dunkelheit finden! Rattenball! Seiltanz! Balancieren! Punkt! Versteck! Und gefährlich! Löffel! Schwung! Wofahrten! Ja, wir haben alles! Gut! Und wir haben einen Gesundheits-Upgrade! Wow! Ein Halbes-Käserad-Gesundheit! Wow! Yay! Wow! Übertönen wir die absoluten YouTube, Leute! Wow! Was ist denn auch wenn vorher noch jemand reinkommt? Ja, das wäre du! Wir haben es ja erst halb drei, oder? Halb drei nachmittags! Ja! Wie die letzten Aufnahmen gegen halb zwölf, halb eins! Ja, genau! So was! Gut gemacht! Wir haben das Level geschafft! Weiter! Okay! Weiter! Ein Cousin-Laden kannst du Spielmodi und... ...findest mehr kaufen! Weiter! Die Hintergründe für ein Ding! Oing! Dumme Ding! Wann willst du noch mal hier hoch? Naja, ich brauche deine Hilfe! Womit? Ich habe hier ein Kochbuch von Auguste Gustour! Meinem Lieblingskoch mit allerlei leckeren Delikatessen! Hey! Hey, Remi! Ich wusste gar nicht, dass du lesen kannst! Jetzt komm! Wir holen es, dann erzähle ich dir später mehr! Oh dear! 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 You're anerkening! Oh dear! We will die? Wir werden alle sterben! Wir werden alle sterben! Dieser Omi sieht so creepy aus! Die sieht so komisch aus! So voll die fritte Augen! Oh my god! Oh my god! Oh dear! Ich muss echt mal rauswischen. Ja. Lauf! Ich bin heiß gewesen und dann noch drüber hätte ich springen müssen. Die Oma hat uns voll hingelassen! Und wie? Also tschuuu! Ich glaube da kommt jetzt mal so ein Einschnitt rein. Wir haben den Ladebildschirm da. Wir haben jetzt noch um ihn gehauen. Okay, du musst paddeln. Ich paddle, ich paddle. Du musst sie einholen. Ich muss sie einholen. Ja, so schaffst du das. Wir können eigentlich beide den füllen. Wir wissen, dass das nichts wird. So, wir haben jetzt den Leuten den Film gespoilert. Man darf die Hoffnung nicht verlieren. Wir haben uns den Leuten den Film gespoilert. Tja. Tja. Witzig, wir sind näher in den kommst, desto länger wird die Strecke. Okay. Ja, ich hab das mal ausprobiert. Krass. Wie weißt du zu erwähnen, ich hab den Film erst gesehen, nachdem ich das Spiel durchworte. Wir hatten dieses Gespräch schon. Ja, aber das ist ein witziger Fan-Fact. Für alle Leute, die mich absolut stalken wollen. Die mich stalken wollen. Die mich stalken wollen. Ich wohne übrigens in... Wie heißt das Dings hier? Wie das? Wir haben jetzt vergessen, wie unser Dings heißt hier. Mein Gott. Ja, genau. Ich danke den Leuten, dass ich im Großraum Oberbayern wohne. Ja Leute, Oberbayern! Ich versuch mich zu finden. Wir wissen gar nicht, wie du aussiehst. Ich weiß, es ist jetzt dabei. Lauf, warte, lauf! Ja... Run, Forest, run! Paddel schneller! Jaaa! Ich... Paddel schneller! Autoreifen! Warum musst du Autoreifen? Diese Leute heutzutage, die können echt einen Umweltschutz betreiben. Ähm... Was meinst du, was wir letztens schon dringend gesehen haben? Da lag uns... ... ein verdammtes Fahrrad... ... in der Isa. Stimmt. Beim Urlaub haben wir einen Fahrrad in der Isa gesehen. Ja. Also Leute, wirft keine Fahrräder in der Isa. Ich muss ihn noch... ... in meine freiwilligen Stunde dann raus... äh... ... schaufen, die ich mir einmal im Jahr gebe. Nein, 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 nein! Oh Gott. Ohhhh... Binnie! Ja, entschuldige. Sasa... Von Sasa's World. Wird man in jeder Folge übrigens erwähnen? Nein, nicht in jeder Folge erwähnen. Ich will nicht so viel Aufmerksamkeit. Ja, mach was auf deinem Kanal. Okay, okay, bieg links ab, Rathe. Rathe, bieg links ab. Nee, rechts, 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 bieg rechts ab, bieg rechts ab. Nein, er hat auf dein Links gehört, du Idiot! Ich bin dumm. Du mit deinem Links-Rechts-Schwäche! Es tut mir leid! Du warst nicht unbedingt immer der Hellste. Ich bin da noch immer der Lüge. Das ist ja schon für ein Schöpfchen. Drei mal, wöchelig. Okay, das ist ja schon ein Schöpfchen. Das ist ja schon für ein Schöpfchen. Ich bin nur der Schöpfchen. Aber ich bin auch der Schöpfchen. Also das ist ja schon für ein Schöpfchen. Okay, aber ich bin der Küchenchef Auguste Gusto. Onglisch Goudo INSPIRACION Die Kritiker habe mein Restaurant von Zimmern auf 4 Sterne herabgestuft! Ich glaube das du, Montagni, wir werden stärker... Die können die Kritiker trugen! Ich soll das Gustos wieder aufbauen? Das kriege ich hin! Ich mach mal den Lüfter an, damit sie alle auch wissen, warum sie doch immer sprummt Yay, Auftrage abgeschlossen! Das freut mich! Dann können wir hier mal bei den fast genau 15 Minuten den Cut machen Weil da muss jemand mal für kleine Pickup-Tisch Oh, du willst Pickup-Tisch suchen? Ich muss mal kurz für kleine Pickup-Tisch suchen Ich weiß Also dann einen schönen Tag noch Und viel Spaß! Like geben Und Kommentare schreiben Und irgendwas anderes daran auf YouTube Ja Und einen guten Appetit, falls ihr was essen solltet Ja, essen wäre gerade toll! Irgendwie... Ich? Ja, egal, tschüss! Schneidepause, tschüss! Tschüss!